und wieder ein blick auf die checkliste wagenheber an der vorgesehen stelle ansetzen check das haben wir erledigt der nächste punkt fahrzeug ausreichend anheben bis das rad in der luft ist machen wir das gemeinsam ich habe uns schon ein bisschen hier rauf gehoben damit es nicht zu lange dauert im video aber prinzipiell kann das jeder mann und frau locker mit links ich brauche nur ein wenig hier am magenheber zu drehen und ein stück hier muss man in die höhe gehen weil auch die federung natürlich noch drin ist und schauen bis das rad ein bisschen abstand vom boden hat ihr seht das jetzt glaube ich besser als ich hier aber ich gehe noch ein bisschen rauf und wir sind soeben in der luft und damit haben wir auch das anheben des fahrzeuges erledigt und kommen zum nächsten punkt auf der checkliste